Frag den verfickten Reiseführer! Das ist schön, dass die Polizeibeamten immer einen Flashlight dabei haben. Ja. Immer automatisch macht sie Facecam so, so. Hier liegen nur Stücke. Natürlich! Hol sie dir, Bitch! Hörst du mich grad Bitch, du Bitch? Ja, was denn? Die weiße Schlampe zwang dich zum Popo-Sex. Oh mein Gott. Okay. Da ist auch der Folgenditel. Die weiße Piep zwang den Reif zum Piep, Piep, Piep. Oh, hier kommen ganz viele jetzt glaube ich. Ich hoffe nicht. Wenn die Stelle ist. Oh shit! Die Stelle habe ich mir gemerkt. Und ich schieß einfach nur daneben, Alter. Ich habe nur noch eine Kugel und die spare ich für mich. Für einen schnellen Tod. Ich schau so viel kröne. Ja, was denn? Das ist doch normal. Ich würde lieber so sterben, als von Monster getötet zu werden. Das stimmt. Das ist immer noch die beste Möglichkeit. Außerdem habe ich mich jetzt mit einem Stock bewaffnet. Ich habe das dumme Gefühl, als ob wir hier diesen Baumstamm hochgehen müssen. Erstmal checken, ob hier irgendjemand ist. Komm den mal wieder nicht hoch. Du musst duckend hochgehen. Ja, ja, ja. Schottgang! Soll ich die andere auch nehmen, oder willst du sie? Nimm sie ruhig, weil hier liegt eine andere Knarre. Eine Sniper-Ruffle. Die ist für dich, Schatz. Ich kann die nicht nehmen. Jetzt ab. Okay, Waffen bedeutet schon mal was Schlechtes. Naja, Waffen bedeutet eigentlich mal was Gutes. Aber wir haben bis jetzt alles geschafft. Uns kann niemand in den Weg gehen. Ja, eben. Ich habe zwar noch eine Sniper-Rifle, die wirklich scheiße ist. Auf, ähm, also hier auf Nahkampf. Aber es ist halt gar nichts. Oh, da ist eine Tür. Bereits? Ja. Oh. Wir können ja noch später, ähm, Dings, Survival machen bei Quarov. Wusstest du das? Mhm. Das wird geil. Jetzt nehmen wir auch mal eine Runde Payday auf, wenn wir beide gut, also wenn du gutes Level hast. Oh, jetzt kommt die, oh ja. Hier findet man gleich... Oh shit! Holy fuck! Das schaffen wir doch nimmer. Ralf, das schaffen wir nicht. Das sind vier Stück. Ich werde das tun. Auch wenn... Lauf. Oh shit. Das ist eine sehr schlechte Idee zu laufen. Wenn, dann sterben wir im Kampf. Rausch. Ja! Oh, er hat nicht. Lauf. Versuch zu laufen. Ralf! Du dreckiger Bastard. Ralf, ich werde dein Leiche befriedigen. Nein Spaß. Was ist das denn? Oh, ich hab ne Shotgun. Ich hab Sniper Munition gefunden. Jetzt ruhig kann ich Sniper mehr hab. Ralf, ich steh hier grad am Abgrund. Ah! Kannst du nicht weiter? Doch, komm, wir müssen nach da. Die kommen, die passen hier bestimmt nicht durch. Ich muss kurz nachladen. Und wie die hier durchpassen? Was? Ernst? Ach du scheiße. Okay. Irgendwo hier muss ein Vorschlaghammer liegen, das weiß ich. Hier, ich hab ihn. Nimm es, das ist geil, die ist stark. Irgendwo hier muss es weitergehen. Only Simon can open it. Was? Ähm. Hier. Ralf, ich hab das dumpfe Gefühl, als ob hier eigentlich der Simon auftauchen sollte, weil hier steht, only Simon can open it. Neue Bastarde. Gefällt es euch, ein Blut zu lecken? Den Zug können wir aber nicht rein. Es sind noch zwei Stück hier. Da müssen wir beide zur Abgrund. Wir müssen aber nicht runterspringen, hoffentlich. Nimm die Sniper Munition, du wirst ja später eine Sniper bestimmt finden. Echt, ja. Nein. Oh, das war's. Ich hab keine Muni mehr. Stirb doch. Oh, einer ist noch übrig. Holy shit. Oh, dein Arsch ist aber geil. Ey, guck mich an. Hallo, ich bin auch fabulous. Alter, ich lebe mit dir. Ignorier mich nicht. Ich weiß, dass du kannst... Warte, ich schlag ihn mal von hinten. Mit einem Stock. Bam. Bam. Wohin gehst du denn? Bist du behindert? Oh! Oh mein Gott, hat er dich auch... Er ist tot. Alter, das war's mir grad mein Leben gerettet. Ich hab dich grad mein Leben gerettet. Ich hab dich grad mein Stock gerettet. Ich bin ein fucking Stock. Geh weg mit deinem Vorschlaghammer. So, und jetzt? Ja. Irgendwie haben wir grad nen kleinen Bug, weil das... Ah, hier müssen die, glaub ich, in den Zug irgendwie kommen. Warte, hier müssen die in den Zug rein. Oh! Wie ist es mir dann nicht gleich reingegangen? Oder haben wir gegen die gekämpft? Wir haben Munition verschwendet. Boah, wir leben schon 54 Minuten auf. Cuttest du das? Alter, ich werd das, glaub ich, in Parts... äh, cutten oder ich werd Stunden Parts draus machen. In Stunden Part. Mach mal... Mach mal Stunden Parts und dann auch am gleichen Tag dann veröffentlicht... Oh, da vorne sind schon Babuschka! What the?! Ralf! Och, Babuschka! Ich bin gleich tot. Ralf, da ist dieser... Ja, ich... Der ist tot. Bleib hinter mir. Du hast ne Spritze. Ich geh mal ein bisschen vor. Hier liegt noch ne Spritze rum, ne? Und hier liegen zwei Spritzen. Ich hab keine Munition mehr. Gut, ich hab... Shotgun! Aua! Hä, wo ist der? Stirb, Babuschka! Ich hab... Ich hab die Meilen mit deinem Stock gefotzt. Oh, shit! Ralf! Hier liegt ne zwei M4s für dich! Wo? Hier! Dein Traum geht in Erfüllung. Vergiss nicht... Vergiss nicht auf Einzelschuss zu gehen. So, lass durchraschen. So, lass durchraschen. Ralf, komm schnell! Ich komm nicht durch! Komm schnell, wir müssen durch die Tür! Ich muss mir gleich Leben geben. Ich bin gleich tot. Ich geh die Deckung. Danke, Bro. Oh! Arsch! Sie sich wieder nicht mehr auf Einzelschuss. Oh, du... Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ich muss hier bleiben! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein, du bist nicht tot! Sag sowas nicht! Oh, shit! Oh, shit! Ralf! Hier sind gerade zwei Michaels! Ich hab die Deckung gerade drin. Shit! Du Bastard! Oh, shit! Ich bin gleich selber tot! Sag sowas nicht! Ah! Was denn? Oh! Sind das Kapetttypen? Das... Schaffst du das? Bleib in Deckung! Bleib in Deckung! Ich versuche ihn auch abzuknallen! Er ist tot! Ja, sch... Eine Pistole! Wo? Komm her! Da liegt die Pistole! Oh, okay! Ich hab ein Magazin noch! Danke! Okay, ich hab kein Leben, du Auffrau! In Deckung! Dreckiger Bastard! Dreckiger Bastard! Warte ich lad kurz nach! Wir haben es gleich geschafft! Wir haben es geschafft, Bro! Wir haben es geschafft! Ich bin gleich tot! Was? Hä? Was passiert gerade? Ja! Oh! Wir sind gerade an einer Station! Gott! Der M16 Assault Rifle! Oh, Ralf! Ich bin gleich tot! Oh! Oh! Bro! Ich... Ich find alles für dich! Ich bleib hier! Oh! Ich rumpel die ganze Zeit schon! Oh! Der Zug hat einen Ständer! Ralf! Das ist aber das hier! Warte mal! Lass mich da drauf sitzen! Vielleicht geht's mir besser! Warte! Geh mal weg! Warte! 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 Oh! 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 Nein! Es geht mir nicht besser! Oh! 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 Die haben jetzt Pistolen, ne? Oh! Scheiße, Ralf! Ich seh einen! Oh! Shit! Ich bin gleich tot! Ralf! Wir dürfen nicht aufgeben! Oh! 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 Oh ja! Das hat gut getan, Baby! Ich kann mich nicht bewegen! Bro! Bro! Oh! Ich bin tot! Warte! Ich kann mich nicht bewegen! Wieso nicht? Es geht! Ich kann mich nicht bewegen! Wo bist du denn? hier in meinem zug was ist los ich kann mich nicht bewegen ich möchte gucken was los ist wieso ich mich nicht bewegen kann hast du schon geschickt was was so sieht das aus leute so sieht das aus stehe ich die ganze zeit so ja ernsthaft jetzt warte kann ich nicht irgendwie kill in die konsole machen mach ich jetzt so ich kann mich bewegen das bild ist so legendär ich glaube das werde ich später als top für letztens so geil mann ach ja diese typen sind zwar also nicht stark aber mit den waffen kommen wir das nicht kommen wir nicht mit dem klar der ist unten da ist er doch ich denke wir schaffen das ich bin gleich tot belebt mich nicht wieder ich werde ich respond dann habe ich wieder volles magazin und außerdem ist er gleich tot und bleib am leben ich bin wieder da wo ist der ausgang da bleibt mal hinter mir ich kümmere mich ins zeilen ich erinnere mich an jede einzelne szene hier wo wir gerade sind die ist auch wunderbar die szene ich habe die ganze zeit ja ich habe ja damals das let's play deswegen kommen alte erinnerungen wieder vor wenn ihr euch wirklich mein let's play von grau 4 angucken wollte in der beschreibung ist die playlist das sind zwei stück von dem fast haben also wieso stirbt er nicht ja ich schieße auf den kopf sondern ja auch im magazin hier liegt messer oder ist noch einer ralf belebt mich schnell wieder ich habe eine spritze ralf belebt mich ich mach's doch oh katze geh weg nein ich wurde ich würde gerne messer haben ja danke hast du ein messer warte ich weiß dass ich mit dem messer warte ich kombiniere jetzt mal das messer mit der waffe guck mal wie das aussieht als polizist kannst du das nicht machen das geht nicht oder warte mal das geht nicht was hier unten sieht nicht schön aus das sieht gar nicht schön aus guck mal wer da kommt holy shit das hört sich nicht schön an wo ist er denn ralf kommt kommt zu mir kommen die er kommen am anderen ende einfach einfach durchlaufen wo bist du ich hörte ich da bist du doch komplett hochgehen ich kann nicht mehr laufen und ich bin gleich tot ralf ich denke ich gehe hoch ich halte ihn auf wenn er kommt warte ralf bewegt dich ralf es tut mir leid es tut mir so leid da bin ich wieder oh hallo guck mal eine vp 72 vp 70 für dich ich habe auch ganz zwei genommen jetzt können wir uns gerade munition ich habe ein messer lass uns mal mit einem kampfmesser ein bisschen rumhanzieren bütches ich weiß dass ihr hier seid kommt her oh shit okay das ist nicht schön was da unten ist einfach durchgehen einfach durchgehen einfach ausweichen ignoriert einfach als ob hier ist als ob hier nichts ist oh shit zwei babuschkas ich glaube die kann man nicht so leicht ignorieren frag den verfickten reiseführer boah du kannst das messer wenn du die aktionstaste machst also fürs umdrehen lagen das ist so geil man ist so deswegen gefällt mir auch messer aber wir sind schon ziemlich weit ach babuschka spür den zaum meines messers jetzt wirst du gemessert bütsch oh ralf du hast gerade ne waffe übersehen soll ich sie nehmen? oder hast du die? schannt sie oooh oooh wow dieser babuska ist überall die mag uns die mag uns verdammt sehr Oh, ne Cola Oh, schön Oh Oh, ne Spritze Ne, ne Kugelschreiber Und ein Headshot für dich Ne Spritze für mich Und ansonsten ist hier nichts Oh, sehr schön Oh, du Penner Check mal oben die Lage Ich bin hier unten Oh, ne Simon und der Das ist keine gute Mischung Das ist keine gute Mischung Hast du Simon schon entdeckt? Nein, ich habe aber den Kettensilmann entdeckt Oh, die Revolver kommt wie gelegen Die Revolver wird uns jetzt sehr helfen Bist du bereit? Simon und der Kettensilmann sind dort Ah, Wolf Scheiße Fuck Das war auch unfair Das war unfair Das war jetzt wirklich unfair Wir schaffen das Wir haben schon mal sehr gute Anfangswaffen Würde ich sagen Jetzt messern wir uns hier durch den Weg Okay, die Babuschka ist tot Das heißt Ah, jeden, den wir getötet haben, sind tot? Und alle Waffen sind auch weg, oder was? Nope Das war die einzigste Waffe hier Das ist die einzigste Nein, die Revolver, die gehört dir Wir messern jetzt einfach hier Wir sparen uns die Munition für die beiden auf Vergiss nicht, mit Alt kannst du ausweichen So, der ist schon mal tot Aber die Babuschkas sind tot Ja, du Penner Boah, Mann, Alter Ralf, nimm dir eine Glock hier Mit dem Messer komme ich gar nicht klar Ich hole mir schnell die Spritze da bei der Ecke Geh schon mal hoch Ah, du brauchst die Spritze Verdammt Ich nehm dir Ich nehm dir die Spritze mit Geh schon mal hoch Geh hoch Ich lenke die ab Ich sterbe wie ein Mann, wenn ich sterbe muss Stipp, du drücker Penner Das ist mein Wahnsinn, du ein Roller So, hier nimm die Spritze, Bro Wo ist die? Ich hab die gedroppt Danke dir Du bist mein, mein Lifesaver Kommst du? So, halt dich auf alles bereit hier Der Simon und Der Wichser kommen gleich Oh, da ist Michael Oh, hallo Michael Was geht? Alles fresh? Ist hier irgendwas? Hier ist nichts Hol dir die Revolver, die ganz unten ist Ach Gott Stirb, Michael Ich knall schon mal auf den ein bisschen, ne? Der hat mich gerade übelst so überrascht Bro, geh weg Der hat mich gerade übelst so überrascht Bro, du bist jetzt gerade auf dich allein gestellt dort Denkst du, du kannst ihn mit einem Revolver holen dort? Ich hab schon alles drauf geschossen, was ich hatte Lebt er noch? Ja Hast du noch ein bisschen Munition oder so? Ich skatte hier die einzelne Munition, die ich hab auf den Rauch Ich hör dich schießen Halt durch, ich komme Ich bin alle Komm zurück, ich komme jetzt Ich hab noch Munition Wo ist er denn? Da ist er doch Der will nicht sterben Ralf, fängt nicht mal dran, das zu machen Ist egal Ich geh lieber weg, bevor er mich erwischt Aktuell ist Michael bei dir Ich warte, bis du wieder da bist Ach nö Genau, jetzt kommt der beinahe Hey, jetzt kommt der Michael noch Stirb, du Bastard Oh shit, Ralf Geh nicht zu dem Kettensägenmann Der Simon ist direkt daneben Okay, ich warte hier Auf halber Sprecher Der Kettensägenmann und Simon Stehen jetzt gerade da an der Stelle Und wir haben nur so labbrige Pistolen Komm, wir schaffen das Wir knöpfen uns erst Simon vor Und dann den Penner Dann sollten wir uns erst den Kettensägenmann vorknöpfen Weil der stört Aber der Simon ist vor dem Das heißt, er ist quasi wie ein Schutzschild Gart bei dem Das heißt, einer muss immer sterben Wenn der eine stirbt Der andere haut ab So läuft, muss das jetzt laufen Gut Geh vor Der hat sogar Simon ab Der hat für mich keine Leben Doch, jetzt schon Ah Okay, ich geh auf Simon los Nein, ich geh erstmal auf Simon los Geh, geh weg Ich geh vor Verdammt, Ralf Er ist tot Der Kettensägenmann hat ihn getötet Ja, bist du wieder da? Ich geh mal sterben Oh 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 Was denn? Da kommt gerade die Treppen hoch Alter Digga, was geht mit dir ab? Sag mal Hast du Weißt du irgendeine Ja, warte auf mich Ich sterbe jetzt Ah Zum Glück habe ich die Respawnzeit auf 10 Sekunden umgestellt Weißt du, auf wie vielen Sekunden das stand? 350 What? Ja Ich dachte mir so Nee Ich bin zurück Ich habe nur schon was getrunken Back in der Hut Ich habe so leichten Husten Kennst du Dings DMX 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 Oder Up in here Up in here Da Boah, ich habe den Kuppet vergessen wieder Oh Endlich ist der Penner tot Jetzt kommen diese ganzen Penner hier Was geht mit dir ab? Ich checke mal hier die Lage, ne? Nimm den anderen Floor Au Da schießt was Ich habe gerade geschossen Stirb mir da nicht So Da war ich wieder eine Knarre Wir haben es geschafft, Bro Wir sind wieder Wir sind wieder durch die Hölle gekommen Back in business Weißt du, wenn wir in der Hölle landen Wir werden den Teufel so teabaken Au, ich bin schon wieder gekickt worden Hallo Wir müssen gleich hier wieder ein bisschen durchruschen Weil hier schon wieder diese fliegenden Penner sind Aua Boah man, ich will die MP7 haben Das geht nicht Wir müssen Geld Wir müssen Geld Also spenden halt Vollbehindert von denen Wir können da durch Also soweit ich weiß Könnte man beim Let's Play da durchgehen Jetzt anscheinend nicht mehr Na, ähm Singleplayer Die Treppen hoch Ich kann mich nicht bewegen Nee, du kannst dich nicht bewegen Ich kann mich nicht bewegen Lass mich durch Der kann Dieser Penner kann nicht die Treppen hochgehen Hoffentlich Der M4 Ich habe kaum Leben Wo Da Bleib hinter mir Komm Wir haben gleich die Kampagne geschafft Bitte kick mich nicht, 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 wo ich die MP7 habe Bleib dort Close to the end and beginning Ich glaube das letzte Kapitel Shotgun Bleib hinter mir Okay, hol dir eine VP70 da noch Das war auch eine? Ja Okay, das sieht nicht schön aus Ralf Bleib dort Da ist eine Tür Und ich weiß, was aus dieser Tür gleich rauskommen wird Ich gebe dir Deckung Nein Geh Da in die Ecke Es wird gleich schlimm Erstmal muss ich das hier ein bisschen säubern Bleib dort Aus dieser Tür wird gleich Was schönes kommen Oh Oh, dieser Penner Oh Nein Nein Lass mich durch, du Ralf Ja Bleib dort Ich versuche ihn gerade irgendwie hier auszutricksen Knallst du den Guard ab, oder was? So was, Mann Ich lass mein Bro nicht alleine hier Dann komme ich zurück, Alter Ich lass dich auch nicht alleine Wo ist der Penner? Er steht hier, der ist tot gleich Wo ist er? Oh Jetzt ist er tot Spür den Zornen vom Shotgun Jetzt mag ich keine Munition mehr So, nachladen Oh, hier ist ein Sniper Rifle Soll ich sie nehmen? Oh, okay Okay Oh, da füllen Ach, diese Teile da Oh, du Penner Oh Ich bin gleich tot Ich auch Ich habe ein HP Bleib hinter mir Ich habe wenigstens ein bisschen mehr Oh, Shotgun Du enttäuscht mich nie Oh, Shit Nimm dir Munition Ah Ralf, geh weg Ich bin am Rennen Ich bin am Rennen Ja, renn weg Ich warte, bis ich gespawnt bin So, ich bin wieder da Was denn? Die Anfangswaffen sind nicht schlecht Ich habe ein HP Ich versuche den umzulegen Soll ich sagen, was die Anfangswaffe ist? Ah Eine M4 Ich bin mal tot hier eben kurz Begleit wieder da Hallo Wenn mich hier jemand umbringen Hallo Hallo Wetten, da ist jetzt niemand Oh Okay Die Anfangswaffe ist eine M4 Das ist nett Hast du? Ja, ich habe eine M4 Wartest du? Jep Oh, ich bin da Guck mal hinter dir Scheiße, ich hätte nicht, glaube ich, eine Kettensäge machen sollen Eine Kettensäge haben sollen Oh, eine M4 ist schön Liegt schön anhand Was, ist das wirklich eine M4? Das ist eine Stack Arms A15 Eine M16 Aus PowerTri Kennt man sie auch als M4 M4 und M16 Die M16 ist ja ein bisschen besser Ja Okay, es gefällt mir nicht, wo wir hier sind Oh, du fucking Derjenige, der mich umgelegt hat Hier liegt noch ein Ja Und ein VP-70 Soll ich sie nehmen? Ich habe ein Magazin gerade für aufgehoben, ja Vielleicht findet man ja noch eine Na klar Ach so, schön, Einzelschuss Oh, Shotgun Ja, Einzelschuss habe ich drin Gut Ralf Nach unten Oh Der ist so klein, den Knirps, den habe ich übersehen Hier ist nichts Ey, warum gibt es hier keine Spritzen mehr? Scheiß, jetzt gehen wir wieder in den Keller Oh my goodness Oh my damn Oh, hallo Michael Er will auch nur spielen Er will doch nur spielen Oh, da ist eine VP-70 Extra für dich sogar Da Da, ich bin auf Waffenslot 1 Sorry Leute, wenn ich jetzt ein bisschen mehr huste So, dich erwartet jetzt gleich wieder einen Jump'n'Run, ne? Oh, nothing Oh Ich bin drüben Ne, du musst hinter dir Hinter dir da Ach hier Nein, nicht da Die Treppen hoch und dann da Ah, ja Ducken Easy Good boy, good boy Easy Jetzt kickt's mich eh gleich wieder Wahrscheinlich Nope Oh, hallo Süßer Okay, meine Patronen sind gerade leer Ungeschlagen Oh, ich habe gerade wieder auf Feuerstoßen gehabt Oh, ich erinnere mich an diese Ich erinnere mich an diese verfickte Szene hier Stirb, du Penner Ja, ich helfe dir auch mal Okay, auf uns warten hier ganz schön viele Gegner Okay, nicht viele Gegner, aber wenigstens ein paar Und versuchst sogar zu holen Was denn? Ich knall gerade die anderen Lieder hier Die auf uns warten Ey, wie kann man da nicht runterspringen? Also, wieso stirbt das nicht? Oh, sehr schön Kann man hier rein? Nope Hier Oh Ah, scheiße Genau da habe ich uns den Weg freigeräumt Da, wo das Blut ist Gut ist immer schön Jetzt haben wir Blut geleckt Oh, die Tür gefällt mir schon gar nicht Okay, die Gegend gefällt mir nicht Okay, das Geräusch ist auch nicht schön Oh yeah Ich muss mal kurz nachladen Liegt da eine Sprit? Oh, da liegt eine Sprit hier unter dem Wir schaffen das Wir schaffen das Oh, wir brauchen Schlüssel It's locked Oh, bist du auch gerade angeschrieben worden? Yep Lieben Abonnenten Das sind noch welche Oh, warte, wie spät ist das eigentlich? Äh, wir haben Oh, fast 3 Uhr Drei Viertel drei In der Nacht In der Nacht Oh ja Ich will kein Schlaf haben, aber scheiß doch Ferien, ne? Ey, ich will gar nicht schlafen, wenn ich ehrlich bin Ich will weiterzocken Ich auch nicht Der Elevator ist stuck, I can't use it Obwohl, Schlaf wäre trotzdem schön Willst du danach schlafen, oder? Michael Nein, wir werden definitiv Ralf, lauf, lauf! Oh, schüt, oh, schüt Ey Das ist der Penner Boah, wieso habe ich gerade kein Energy Drink dabei, ey Oh, jetzt haben wir es wieder Bullshit Waffen Das ist doch jetzt nicht wahr Wir gehen nicht dorthin Ja, genau Oh, Babuschka Ralf, lass mich mal kurz ein bisschen Damage bei dem gleich machen Erstmal knüpfe ich mir hier die Michaels vor So, komm mit mir, Bro Okay Plan B Ich sterbe Warte, bis ich wieder da bin Okay, ich bin da Ich glaube, wenn ich die Respawn-Zeit auf 350 gelassen hätte, wäre das nicht schön Alter, da steht ja schon die Ja, deswegen warte ich Ralf, der kommt gerade direkt wieder hier hin Der kommt direkt zum Spawn Dreckiger Penner Boah, mein Messer ist blutzig Jetzt habe ich Blut geleckt Jetzt habe ich Blut geleckt Aber schon wieder diese MP, die wir nicht nehmen können Wo bist du? Boah, ich bin hier Oh, den hole ich mir jetzt mit dem Messer Oh, oh Die Musik bedeutet schon nichts gut Die Musik bedeutet gar nicht gut Ist nicht gut Not good Not good, ey Oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Ach du Scheiße, Mann Alter, diese ganze Straße wimmelt ja von denen Lassen die mal mit dem Messer holen hier alle erst mal Ja Das werden langsam viele Scheiß drauf Bro, ich bin immer da für dich Bis zum Ende der Tage Weißt du was, dass wir uns mal erlauben? Mach mal einen kleinen Trick Weil Das ist schon krass, echt übertrieben Nein, 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 nein Das wirklich weiterspielen Geht schon Ja, bisschen sicher Ja, komm Lass keine Munition hier die ganze Zeit machen Hust, hust Obwohl das ziemlich geil wäre eigentlich Boah, lauf, 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 lauf Ein HP Ich werde die nicht mehr überleben Ralf, komm, stell Ein HP, Alter Ein fucking HP Ich hab nur noch neun Hoffentlich finden wir gleich ne Sprit Nein, ne Revolver Hier ist noch ne Revolver, Ralf Bro, bro, bro Nimm sie dir Und rüste sie aus Direkt Oh nein Weiße Schlampe Willst du sie haben Nimm du sie Ich auch nicht Da kommt auch so ne Mama gerade angewandt Nice Da kommt ne weiße Schlampe Die gehört mir Ich hab da ist noch ne weiße Schlampe Meine Wolvers leer Meiner auch Komm, zwei Spritzen, zwei Spritzen, komm schon Wo zwei Spritzen Oh, ich dachte schon, zwei Spritzen gefunden Warte, lass uns erst mal die Gleise checken Und vielleicht liegt hier raus Ohne weiße Schlampe Ohne weiße Schlampe Du scheiße man Das stört ne zu rum und suchenarios Du Spacken Und schuldigung Und schuldigung Das tut N bist du im Ralf, komm schon ein paar Sekunden Oh, ich bin da Was? Die Anfangswaffen sind für den Arsch Warte auf mich, ich bin eh gleich da Ich habe eh keine Munition mehr Ich renne hin und steche den ab Oh, ich habe es nicht mal weit hin geschafft Ralf, erschreck dich nicht vor den Anfangswaffen Nee, das ist so kacke Ja, die sind richtig kacke Damit kannst du fast gar nichts machen Wir haben nur ein Messer? Ja, wir haben nur ein Messer Was für Bastarde, ne? Ich habe den Penner erwischt Okay, es ist alles clear hier Boah, ich bin krank Kommst du? Hast du alle Gnaren eingesammelt von denen? Der hat ja nur eine Es gab nur eine Glock Oh Oder zwei Oh, wir müssen hier gar nicht durch Vielleicht da Oh Oh Gott Ich glaube, ich habe Fieber Ich glaube, du hast Fieber 1,33 nehmen wir schon auf Du wurdest gerade gekickt Ja, ich komme wieder Da bist du doch wieder Mit Waffen Ey, keine Musik ist immer ein gutes Zeichen, würde ich sagen Ja Ja Aha Wow Was passiert? Oh, wir haben es durchglaubt Ja, wir haben es durch Wir haben es durch, Bro Wir haben es einfach mal so in eineinhalb Stunden durchgebrochen Guck mal, da beide Guck mal, da sind wir Oh süß, Simon und Sophie Sophie Zusammen Die Süßen Die machen ganz viel Liebe Oh, das war Das war Cry of Jakob gewesen Oh Und die weißen Schlampen auch noch Dankeschön Das sind wohl die Scheißmacher oder was? Andreas Ruhnberg ist der, der das alles schaffen hat quasi Hier Für dich Den Mittelfinger für die weißen Schlampen Ich sag's dir Hier ein Daumen hoch für die weißen Schlampen Ohne euch Also ohne dich Wären die weißen Schlampen zwang den Ralf zum Poposex niemals erfunden worden Ey, vergewaltigt den Like-Button für die Leute, die das gemacht haben, ey Aber trotzdem krank, was die für ein Spiel gemacht haben Ja, echt wahr Das ist krank Wie stark depressiv muss man denn sein, um so welche Hallo, weiße Schlampen Die waren mal im Puff gewesen und haben erstmal ordentlich einen gekifften und dann so Lass uns weiße Schlampen reinbauen Die den Ralf zum Poposex zwingen Die den Ralf zum Poposex bringen Wer ist denn Ralf? Ach, das wirst du schon später erfahren Oh Oh, hallo Nein, weißt du, du hast eine Freundin, benimm dich Ralfi ist Single momentan Weiß noch zu haben Oh, wie schön ein weißer Bildschirm Oh, ist das hell Ich würde mal mit Abonnentinnen anfangen Ich hätte ja fast mit einer angefangen Leider Gar nicht gut Alter, schau dir mal die Credits, die gehen von oben nach unten Billiges Spiel Von unten nach oben, das ist sehr schön Von oben nach unten Von Ja, okay Von unten nach oben Ja, ich habe es gerade gecheckt Tut mir leid Es ist gerade 3 Uhr morgens Also darf ich das Hier, der Beweis 3 Uhr morgens Der Beweis 3 Uhr morgens Also, man zieht mal die ganze Splitter hier Special things to voice actor Sophie Also, wenn ich überspring das Wie soll ich das denn überspringen? Ja, war auf Quit Jetzt hat man noch ein paar Naja, egal Würde ich schon mal sagen Das war es von Let's Play Together von Cry of Fucking Fear Und wir sind dann zu uns am nächsten Let's Play Together wieder Bis dann Haut rein, meine lieben Leute Vergesst nicht, das Abo da zu lassen Tschüss